Hallo, mein Name ist Joachim Fiedler von meinfenster.com. Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre alten Fenster auszutauschen? Wahrscheinlich sind Ihre Heizkosten zu hoch und Sie haben das Gefühl, dass Sie Ihr Geld zum Fenster rauswerfen. Aber durch das Austauschen der Fenster können Sie Ihre Heizkosten drastisch reduzieren. Viele meiner Kunden hatten das Problem, dass kalte Zugluft durch die Fensterrahmen in den Wohnraum eindrang und die wertvolle Raumwärme verließ fast ungehindert den Wohnraum. Durch den Einbau von neuen Fenstern bleibt die Wärme im Wohnraum, Wärme und Behaglichkeit breitet sich aus. Haben Sie das Problem, dass sich Ihre Fenster nicht mehr richtig verriegen und öffnen lassen? Sie stoßen jedes Mal einen Warnschrei aus, wenn jemand ein Fenster öffnen will? Neue Fenster lassen sich mühelos und sicher öffnen und kippen und Sie schonen Ihre Nerven. Das ist der Grund, warum ich Ihnen eine kostenfreie telefonische Beratung anbieten möchte. In diesem ca. 15-minütigen Gespräch können Sie mir Ihr Problem schildern und Ihre Wünsche äußern und wir finden eine Lösung für Sie. Deshalb klicken Sie jetzt unterhalb dieses Video auf den Button Termin vereinbaren. So kommen Sie direkt auf den Online-Terminkalender, klicken Sie hier auf Ihren Wunschtermin und wählen die gewünschte Uhrzeit aus. Nach der Eingabe Ihrer Kontaktdaten erhalten Sie automatisch eine Terminbestätigung. Unsere Experte für Wärmeschutzfenster meldet sich dann zum vereinbarten Termin unter der von Ihnen angegebene Nummer. Wir freuen uns, wenn wir auch Ihnen helfen können. Bis bald, Ihr Joachim Fiedler.